Nähfuß Nummer 0 ist ein Allzweck-Nähfuß. Die glatte Sohle mit der schmalen Fadenfreistellung hinter dem Stichloch ermöglicht, dass der Fuss problemlos über die gebildeten Stiche gleitet. Durch den Fadenschlitz rechts kann der Faden nach hinten gezogen werden. Die eingekerbte Linie markiert die Fussmitte. Der Nähfuß ist hervorragend für Nutz- und Dekorstiche im Vorwärtstransport geeignet. So wie für alle Geradstich- und Zickzack-Arbeiten. Jedoch nicht unbedingt für Arbeiten mit dicken Dekorfäden, da dicke Fäden nicht problemlos unter der Sohle durchgleiten.